Aus über 200 Bewerbungen wurden 16 Köche und Köchin ausgewählt, um sich eines der begehrten Finaltickets für das Koch des Jahresfinale in Bonn zu sichern. Die Teilnehmer müssen innerhalb von fünf Stunden ein Dreigangmenü mit einem Warenwert von maximal 16 Euro pro Person zubereiten und der Jury präsentieren. Zubereitet werden mussten eine vegetarische Vorspeise, ein klassisch-französisches Hauptgericht und, haltet euch fest, ein Dessert aus Kräutern der Saison. Aus den 16 Teilnehmern wählt die hochkarätige Jury nur vier Teilnehmer aus, die am 21. Oktober im Camea Grand Hotel in Bonn um den Titel Koch des Jahres kochen dürfen. Zwei weitere Finaltickets wurden am Vorabend nicht von der Jury, sondern im Rahmen einer Küchenparty von den Gästen vergeben. Denn diese mussten von allen Teilnehmern jeweils ein Gericht verkosten und bewerten. Die Siegerehrung folgt. Wer ein Finalticket erhält, seht ihr im nächsten Video.